Ja, ihr seid halt total toll drauf. Bis auf der Daniel. Der Matt kann sich vermischt, ey. Ich griete nicht. Yo, los geht's. Mach weg die Pizza. Ja, Matt, du willst sowas also fangen. Hallo! Ja, ihr Community-Treffen am... 24.08. Am 24.12. Samstag... 12.12. 12.12. Heilig Arm. 24.08. Gamescom. Weil Matt ist zu Hause. Die ganze Nacht auf der Isomatte gelegen. Aber wir wollen noch schnell eine Ankündigung loswerden. 24.08.19 Uhr. Können auch Leute kommen, die nicht auf der Gamescom sind. Die keine Tickete haben. Wie der Matt zum Beispiel. Die zahlen dann auch die erste Runde Bier. Wie im letzten Jahr werden wir uns auf dem Messegelände wohl treffen. Und im Anschluss irgendwo hingehen. Ja, wir wissen selbst noch nicht, wo bald das Lokal hat zugemacht, hast du gesagt. Ja, das hat zugemacht. Wir müssen halt sein neues Lokal suchen. Ich weiß zwar nicht, ob es an uns gelegen hat, aber... Wir werden dann zum Haupteingang rausgehen, ne? Was für ein Eingang ist das? Ja, Bahnhof. Messe. Messe. Welcher Eingang ist das? Der rechte. Ich glaube, es ist ein Nord, oder? Ja. Auf jeden Fall Messe Deutz, also der Bahnhof da. Steht im Text zum Video. Wo es immer Coda Zero gibt. Die gibt es an jedem Ausgang. Aber ist ja egal. Wo wir hingehen und wo genau der Treffpunkt ist. Das wird spontan entschieden. Und ob wir sieben sind, sechs, fünf, vier oder nur drei. Oder gar keiner? Das ist egal. Nein, gar keiner nicht. Nein. Wir sind auf jeden Fall da. Wir. Wir sind auf jeden Fall da. Graffioli ist auf jeden Fall da. Macht euch ein Kreuzchen rein. Vielen Dankste. Genau. Nicht dazu. Nur für den Darius. Nein, das war ich schon. Gamescombo. Das Gangsters Community Treffen ist halt immer das Beste an der Messe. So ist es einfach. Ja. Und auch dieses Mal wird es sein. Trotz Xbox ohne und Playstation tot. Tot! Oder wie heißt es in Japan? 4 Rand. Tot. Tod! Playstation tot! Also, bis dann! See ya! Tschööööööööö launched mua. 2. 3 min haben nicht umgebracht. Los, go! Oko oiko. Dann halt mal die Aufnahme an. Ich brauche mein Mikrofon.